Also ich freue mich, dass wir an die sozusagen alten Traditionen von Franz Josef Strauß anknüpfen können. Albanien war Franz Josef Strauß immer ein Herzensanliegen. Es ist aber nicht nur eine historische Reminiszenz, sondern es ist natürlich eine Zukunftsidee, zusammenzuarbeiten. Es ist ein Land, das die Europäische Union will. Unsere Aufgabe ist es, sich dabei zu unterstützen, um Europa zusammenzubringen. Wir glauben fest daran, dass die Idee, den Westbalkan zu integrieren, ein ganz wichtiges ist. Zunehmend wollen wir den wirtschaftlichen Austausch pflegen, sowohl was die Investitionen betrifft, als auch Menschen, die bei uns arbeiten möchten. Deswegen macht die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, wo ich sehr, sehr dankbar bin, eine Eröffnung, ein Verbindungsbüro. Insofern ist es, glaube ich, ein schöner Tag und das schöne Wetter trägt auch dazu bei. Danke für den weiß-blauen Himmel, den man uns heute beschert hat.